Die Geschwindigkeit eines Effektes können Sie auf unterschiedliche Weise ändern. Erstens, das Feld Dauer. Je kleiner der Wert, desto schneller die Geschwindigkeit und umgekehrt. Verringern bzw. erhöhen Sie den Wert entweder durch Klicken auf die Pfeilchen oder Sie tippen den gewünschten Wert von Hand in das Feld und drücken anschließend die Enter-Taste. Zweitens, Sie ziehen mit gedrückter linker Maustaste am rechten Ende dieses Balkens. Ein kleines Hinweisfenster zeigt die Dauer an. Möglichkeit Nummer 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Effekt und wählen Sie Anzeigedauer. In dieser Liste wählen Sie anschließend die gewünschte Dauer aus. Ist keine passende Zeit dabei, überschreiben Sie den aktuellen Wert einfach von Hand. Es genügt der Wert. Dass es sich um Sekunden handelt, ist PowerPoint klar. Kahn? 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 Vielen Dank.